Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge von KOSAK SPECTWAR. Oh, genau am Rand hier. Scheiße. Ähm, ja leider konnte ich das letzte Spiel nicht fortführen, da ich ja einen neuen Rechner habe. Ja, äh, fällt ein bisschen Kacke jetzt. Alle Speicherstände weg. Warum ist die Nahrung eigentlich so hoch? Egal. Da fangen wir halt nochmal neu an hier. Ist ja nicht die Welt. Ich baue noch ein paar Bauern. Wir spielen übrigens mit Portugal. Ja, habe ich eben gerade eingestellt. Aber man kennt mich ja. Verpeilt und... Es tut mir auch unheimlich leid, dass so lange nichts kam. Aber ich habe mit dem neuen Rechner hier noch ein bisschen Probleme mit dem Internet. Ja, will nicht so, wie ich das will. Kriege ich aber hin. Wir spielen hier gegen zwei Normalos. Damit es eine relativ schnelle Runde wird. Hoffe ich jedenfalls. Jetzt habe ich vergessen, Timer anzustellen. Ich mache nochmal schnell. Mit der Uhr und... Starten. Hier noch ein paar Bauern schnell. Ganz schnell. Aber ich ahne es schon. Die ersten Angriffe kommen bald. Und... ... 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 Die können dann hier gleich Holz hacken. Stein fehlt. Kriegen wir aber auch hin. Komm, egal. Wie gut die sind jetzt. Musche baut werden. Wir brauchen sie nicht. Äh, euch. Und die Truppen und... Häuser noch. Und jetzt noch die Akademie. Kann es sein, dass hier nichts... ... kein Platz ist hier? Und immer schön unten auf die Karte gucken. Oh, hoffs. Was brauchen wir denn noch? Eigentlich alles. Ich kann es nicht... Ich kann es nicht... Stimmt, was haben wir auch noch mal? So. Oh, 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 oh. Junge, Junge, Junge. Haben wir Gold? Ein bisschen. Darf nicht weggehen, das Gold. Dann kann ich ja schon mal auf die grünen auch noch, äh, auf die blauen. Die werden dann auch demnächst kommen. Alles vollbunkern hier mit Türmen. Ich laufe immer hin und her. Sind zwar nicht die Besten. Aber sie tun ihre Arbeit. Immer noch 46. Nicht schlecht. Viele Leute oder so. Äh, wo sind sie denn? Da. Häuser bauen. Ging eben schon aus, der Platz. Das ist nicht gut. Gut. Den Hafen brauchen wir gar nicht. Hm. Dachte ich immer, dass man alle Gebäude braucht. Aber anscheinend wohl nicht. Das ist nicht gut. Junge, Junge. Gehen wir mal näher ran. Gehen wir mal näher ran. Ja gut, sind einfach mehr jetzt. Die sind voll gut. Da baue ich hier gleich nochmal so ein Ding hin. Da müssen wir mal ein paar verbauen, wa? Weil da oben schon mehr blaue kommen. Mann, wieso werde ich denn immer zuerst angegriffen? Das ist richtig schlimm. Aber wir konnten ja hier schon mal. Da sind wir mal hin. Ja. Das ist so. Ich muss jetzt mal ganz schön sein. Also. Ich muss jetzt mal sein. Es muss jetzt mal sein. Ich muss jetzt mal sein. Ich muss jetzt mal sein. So! So, da brauchen wir ganz schnell Nachschub hier. Oh! Oh! Time aus! Da der Part vorbei ist! Guckt mal unten in die Videobeschreibung, dort ist Twitter und Facebook verlinkt! Lasst einen Kommentar da! Ein Abo wär auch nicht schlecht, dann verpassen wir gar nichts mehr und wir sehen uns dann im nächsten Part! Tschüss!